Big Direkt Gesund, der Podcast. Allerdings treffen sich die Teilnehmer nicht in einem Seminarraum, sondern über das Telefon und das Internet. Gesundheitstrainerin Silke Grieshammer schaut in die Webcam und fragt alle nach ihrer persönlichen Fitness in einem Spektrum von 1 bis 10. 1 steht hier für, naja, meine persönliche Fitness ist momentan nicht so besonders und 10 für, also ich würde sagen, dass meine persönliche Fitness eigentlich ziemlich gut ist. Frau Drechsler, wie schätzen Sie Ihre eigene Fitness ein von 1 bis 10? Frau Drechsler stuft sich selbst mit einer 4 ein. Über diese ersten Gespräche lernt Silke Grieshammer alle Teilnehmer besser kennen. Es werden Erwartungen ausgetauscht und der Ablauf des Seminars erläutert. Danach geht es gleich mit praktischen Übungen los. Zum Teil kleine Bewegungsübungen am Schreibtisch, also Sitzhaltungen beispielsweise, bis Bewegungstipps nach der Arbeit, aber auch schon während der Arbeit. Das sind Bewegungstipps, die den ganzen Körper umfassen oder natürlich auch bestimmte Partien, Schulterbereich beispielsweise. Und für die versuchen wir individuell natürlich Übungsaufgaben, die Sie sich dann downloaden können, wo Sie dann einfach auch länger etwas ausprobieren können oder eben sequentiell dann diese Kurzübungen während der Schulung von 1, 2 Minuten. Prävention ist zu einem wichtigen Baustein in unserem Gesundheitssystem geworden. Immer mehr Versicherte nehmen an Kursen teil. Doch längst nicht alle finden Zeit dafür, weil der Weg zum nächsten Kursort vielleicht zu weit ist. So kam die Becker Klinikgesellschaft auf die Idee des virtuellen Klassenraums. Der Unternehmensverbund bietet seit Jahren in seinen acht Kliniken regelmäßig 250 Schulungen an. Dr. Ulrike Becker von der Geschäftsleitung. Im Zuge unserer Arbeit in unseren Kliniken sind wir auf die Idee gekommen, das könnte man doch auch ausrollen und außerhalb der Kliniken anbieten. Und dann haben wir die BIC angesprochen, ob sie nicht ein Partner dafür wäre, das mit uns zu machen und als Internetkasse das Internet als Medium zu nutzen, sind die dann eben auch ziemlich schnell darauf angesprungen. Die Dozenten für die Internetkurse sind ausschließlich Fachleute wie Diplom-Sportlehrer, Psychologen und Ernährungstrainer. Elmar Waldschmidt, Leiter der Unternehmensentwicklung bei der BIC. Ein Trainer wird tatsächlich am Bildschirm Ihnen gegenüber treten und Sie werden bis zu sechs Sitzungen miteinander Trainings durchführen. Sie geben dem Trainer Feedback, der Trainer gibt Ihnen Feedback. Das ist eine ganz interessante Sache und da dürfen Sie überrascht sein. Und der Anfang ist außerordentlich erfolgreich. Die ersten Kurse waren in kürzester Zeit komplett ausgebucht. Doch es werden laufend neue angeboten, unter anderem über Ernährung, Motivation, Burnout und Bewegung. Ein solcher Online-Kurs hat viele Vorteile, findet Silke Grieshammer. Ich kann diese Schulungen erstmal überall durchführen, wo ich sie möchte. Das heißt, ich könnte sie theoretisch im Zug abteilen. Ich kann sie zu Hause entspannt auf der Couch oder im Bett durchführen. Ich könnte aber sie vielleicht noch am Arbeitsplatz nach der Arbeit anhängen. Also ich habe eine gewisse Flexibilität. Ein großer Vorteil ist natürlich auch, dass sie flächendeckend umgesetzt wird, was auch ganz spannend ist. Also wir haben Teilnehmer vom tiefen Norden in den Süden. Nach 60 Minuten ist das erste virtuelle Bewegungstraining schon wieder zu Ende. Doch einfach den Hörer aufhängen ist nicht, denn zum Schluss gibt es für alle 14 Teilnehmer noch ein Quiz, so Ulrike Becker. Das kennen wir ja auch aus dem Fernsehen. Ja, wer wird Millionär? Wir machen alle fürchterlich gerne mit und bestätigen uns immer selbst, dass wir was gelernt haben oder dass sich was festgesetzt haben. Und es geht einfach um die Überprüfung des Lernfortschrittes. Näheres zu den Gesundheitstrainern findet sich auf der Internetseite der BIC. Dort können sich Interessierte gleich für einen Kurs anmelden. Mit ein paar Klicks ist man schon dabei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017